Pass auf, dir muss klar sein, ein Gedanke von dir kann weder was finden, sondern so sein, wie du ihn denkst. Wenn wir uns jetzt einen Platon denken, den kannst du dir nur denken, wenn er auf den Schwammeinhalt auf dem Programm drauf ist. Dann denkst du dir dann nach Krieglern in die Vergangenheit und du denkst dir, das war ein großer Philosoph. Wenn du solltest du das wissen, was dieser Philosoph Platon alles gesagt hat, dann hat er das nur gesagt, weil du dir jetzt das denkst. Du denkst dir schon mal den Platon aus. Das ist alles den Schwamm hast du zu durchschauen, okay? Und alles, was du denkst, hat keine Gefühle. Das heißt, der Heigo, den du dir ausdenkst, der kann keine Angst haben, der kann auch keine Schmerzen haben. So wenig von Heigo aus gesehen, dein Zahn oder deinen Rückenschmerzen haben kann, den Traum erleben, gefühlsmäßig, nur der Geist, der träumt. Ich hab im letzten schon mal gesagt, diese Empathie, das wird mit Mitgefühl übersetzt. Ja. Hat mit Mitgefühl nix zu tun. Das wär jetzt eigentlich wörtlich übersetzt, Mitgefühl, Sympathie, Mitleid, Mitfühl. Sympathie wär Mitgefühl, aber Empathie bringen sie net runter, weil die Vorsehbe Emos heißt Mein. Empathie ist Mein Leid. Diese Spine bezieht sich jetzt auf den Geist, der träumt. Egal mit wem du mitleidest, du leidest mit etwas mit, was als Ding an sich, dieser Gedanke, diese Figur, egal ob nur gedacht oder sie nicht wahrgenommen, selber als Ding an sich, als Gedanke, weil die überhaupt keine Empfindungen haben kann, die Welt wird empfunden von dem Geist, der träumt. Darum ist das Leid der Welt dein Leid, wenn du dich reinsteigst, und die Freude der Welt ist deine Freude, weil Freude und Leid kann nur der Geist entziehen, der träumt niemals immer ein ausgedachtes Ding. Und am meisten... Jetzt red ich noch von Sachen. Ja. Wenn du jetzt einen Heiko-Körper ans Ausdenken. Genau. Und der Heiko hat Zahnschmerzen. Was hundertprozentig keine Schmerzen hat, ist der Zahn. Wenn, dann hat's der Heiko. Aber der Heiko ist genauso was Ausgedachtes wie der Zahn, der Heiko hat auch keine Schmerzen. Sondern das ist nochmal der, der glaubt, der ist der Heiko. Hat der Udo-Zahnschmerzen neben uns das Ausdenken, weil wir denken uns jetzt den Heiko genauso, ich denk mir den Heiko genauso aus wie den Udo, hat der Udo-Zahnschmerzen. Und ich glaub, ich bin der Heiko. Und dann kann ich Empathie empfinden, aber sobald ich Empathie mit Leid empfinde, also es ist ja MEIN Leid. Es ist nämlich immer das Leid, der sich's ausdenkt. Weil der Gedanke kann mich nicht leiden. Jetzt versorg' aber, wie sieht's jetzt aus, wenn ich jetzt nicht an den Körper von den Heiko denke, oder von dem Udo. Das, was nicht existiert, kann auch nichts empfinden. Wir haben jetzt festgestellt, das kann nicht einmal was existierendes was empfinden. Dann kann ja etwas, was nicht existiert, gleich zweimal nichts empfinden. Okay? Ja. Aber jetzt, pass auf, jetzt kommt das Schöne, das, was nicht existiert, kann nichts empfinden. Und jetzt müssen wir das spiegeln, der Einzige, der, der was empfindet, der kann nicht existier's. Brutal, ja. Das ist der Geist. Und das Prinzip, in jeder Kleinigkeit musst du immer wieder train'n, da kann ich dir tausende vorbeispielen. Und du weißt, wenn der Zweite noch hartnäckig ist, von was hast du Angst, dass der Heiko sich auflöst? Heiko, was verstehst du unter dem Wort Heiko? Ja. Diese Identifikation mit einem Gedanken, du denkst dir doch jetzt den Udo aus. Aber denkst du dir jetzt nicht auch den Heiko aus? Ja. Das ist es Problem. Und du bist, jetzt schau einfach in dich rein, du sollst es nicht verändernd, da ist was in dir drin, das macht dich glauben, dass du der Heiko bist und Udo nicht bist. Und ich sag, du bist keiner von beiden, du bist der, der sich's auslöst. Und die einzige Freiheit, die ich dir jetzt gegeben hab, wenn ich dir das sag, du kannst dir jetzt entscheiden und du weiterhin deiner Logik dir vertraust, dem Zweiten vertraust oder uns vertraust.